Was sind die Pläne für heute, Scotty? Guten Tag! Fang the right! Fang the right! Fang the right! Frühstarten ist immer gut. Start late, go right! Start late, go right! Don't tell anyone else! Eindeutig links außen. Außer es ist rechts vollkommen klar. Bei Wind ist es einfach ein bisschen leichter, nicht so in die Größe zu fahren. Einfach am vorderen Platz. Von daher ist es ein bisschen defensiv. Probierlich in der Mitte irgendwo, konservativ. Wir haben gerade die Fläche in der Mitte gespielt und haben nicht zu extrem gegangen. So far ist es sehr lecker. Hoffentlich lernen wir heute davon und wir werden nicht in der Mitte beginnen. Wir fahren mal raus und gucken, wie weit wir kommen. Nach unserer Erfahrung heute, vielleicht geben wir die Reise ein bisschen mehr Kredite. Und gehen nach links, hacken nach rechts und versuchen, über den Topf des Rabbits zu fahren. Ich weiß nicht, vielleicht rechts und dann unter die Küste und dann unter der Küste wieder rüber fahren. Links. Ja, primär links. Natürlich. Rechts. Welche Fragen. Any special tactical plans for today? No, stay upright. Wir erwarten spannende Wettfahrt voller Taktik. Diese sind alle die Leute. Die Plus sind alle vor uns, die Minus sind alle vor uns. Taktik von den Leuten, die noch siegen können und Taktik der Leute, die im Moment auf Platz 1 liegen. Was ist es gleich, wenn man die Laute untertetra means? Letmacht. Was ist ja für die Nummer hinter der Küste. Da, die zäurelle. Ich nehme mal eine Sch Board. Oder lebst. Diese Lieutenant nach rechts und Schrocken. Ich nehme sie in die Antwort. Ich nehme sie an. Ich nehme sie an. Das war's für heute. Eigentlich waren wir gut, haben aber doch deutliche Fehler gemacht, sodass wir da eben auch nur Zehnter wurden. Leider Zehnter, sodass wir heute am letzten Tag Pfadfinder waren. Und das hat natürlich nochmal das ein bisschen spannender gemacht, weil wir uns ja nicht für die Seite entscheiden konnten. Und als wir heute am ersten Fass waren, wir glaube ich nicht unter den ersten 25 und sahen Mike sehr weit vorne liegen, sodass wir dann schon ruhig bleiben mussten. Aber wir hatten uns wirklich gut erholt über die Nacht. Ich glaube, wir haben uns gefangen, sag ich mal so, dass wir unsere Nerven wieder ein bisschen stabilisiert haben. Wir sind heute das Rennen sehr ruhig gefahren und haben gearbeitet wie ein Uhrwerk und sind Runde für Runde nach vorne gefahren. Das ist das beste Boot, das ich jemals sailt habe. Ich saile so viele, aber das ist einfach so, dass es sich in diesem Wetter einfach fliegt. Ein kleiner Fehler und du schwimmst. Ich denke, jeder, der für Siebziger mal gesegelt ist, der träumt davon, irgendwann mal Pfeife zu segeln und das war dann auch so. Du kannst es hier nicht kaufen, also du musst es sagen, du kannst es nicht kaufen. Es ist ein wirklich tolles Ding. Es ist eine gute Freude, gute Freude, gute Freunde und gute Freude. Es ist eine gute Freude, gute Freude, gute Freude, gute Freude. Es ist eine gute Freude, gute Freude, gute Freude, gute Freude.